Jawoll, 7. Hey, die zwei kenn ich. Das sind Cops. Du, geh und wand in was. Das vorsichtige Vorgehen hat sich so mit wohl erledigt. Bereits, Dotsky? Ich wurde bereit geboren. Bereits was? Wir müssen Natalia so schnell wie möglich da rausholen. Chen hat sicher Methoden, um sie zum Regen zu bringen. Du meinst, sie kriegt ein Eis? Bestechen würde sie sicher nichts, Dotsky. Nein, ich denke da mehr an die Kopfschmerzen, die ich von Eiscreme kriege. Ich würde alles ausklappern, wenn mir jemand mit Schokominz zu Eis kommt. Ja, oder sie geben mir Unmengen von Limo mit Kohlensäuber. Wir wissen ja, dass Ladies niemals in der Öffentlichkeit rülpsen. Meine Mutti macht das andauernd. Deine Mutti ist ja auch keine Lady. Stimmt. Oh, hier fällt da noch was ein. Sie... Genug jetzt. Das hilft uns nicht weiter. Okay. Noch ein paar Kanister mit Sprit und ich kann den Generator starten. Das ist ein ganz schön teurer Lust, da muss man sagen. Hat der eine Sprit braucht, damit der läuft? Ich muss das Tor aufbekommen. Also, das ist ja schon... Fast kriminell. Was brauchen wir überhaupt noch? Einiges. So, was ist denn da oben? Da oben ist... Ist das Mensch oder Auto? Auto. Schmusser. Schmusser. Nein. Das wäre noch was. Ein Ding, was sich automatisch zum richtigen Kostüm wechseln lässt. Waschmaschine? Kein Wunder, dass die auf dem Schrottplatz liegt. Oh no. Oder damit behaupten, dass eine Sprintkanister nicht in eine Waschmaschine gehört. Das war wohl hier das... Och. Geht doch, ich hab'n Lauf. Please stop it. Please, just stop it. So, das waren 10, da sind dann 20, und da sind dann 21? 21. Ja, okay. Gut. Okay, das haben wir anscheinend letztes Mal schon gemacht. Es gibt zu viele Kostüme. Ein Farbwechsel. Sehr relevant. Ah, es ist hart. So, das sind dann schon die 11.000. Oder auch 22.000. Wie geht das denn hin? Roter Stein. Habe ich kein Problem mit. Aber den kann ich doch jetzt noch nicht einsetzen, oder? Nein, das hat mich auch sehr gewundert. Man, der ist mürrisch, hm? Boah, für manche Leute geht's wohl nicht groß genug. So, und jetzt sagt's, 0 Tonnebaum bei dem Hund ein Haus. Mhh. Hier, Hundi. Hier, Hundi. Also, ich bin ehrlich. Eins ist zu weit. Hey, ich kann noch einen Superbau machen. eine und mir ist. Mann, dieses Modell war ein Klassiker. Das nenne ich mal einen kompakten Wagen. Mhh. Damit komme ich vielleicht auf diesen Schrotthaufen. Oh, das ist so ein Klassiker. Oh, das ist so toll. Oh, das ist so toll. Oh. 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 Oh, das ist so toll. Halt. das war knapp immer dran denken short plätze sind gefährlich da wird nicht gespielt alles klar viel spaß darüber zu kommen das hat doch jetzt überhaupt keinen sinn mehr oder das ist es einfach ja okay das ist einfach da so okay noch auffälliger geht es wohl nicht also ein bisschen was fehlt uns noch sag mal ist natalia kitzelig wetter ist sie kitzelig ein dieb hat mich mal so sehr gekitzelt dass ich ihm den kopf für meine bankkarte verraten habe du hast gesagt er hätte dir gedroht ja mit noch mehr kitzeln du bist also total kitzelig weh vergiss es klatsch außerdem kennst du den kopf für meine bankkarte eh schon du benutzt immer noch dein geburtsdatum nein mann das von meiner zwillingsschwester das war ja angenehm ich hoffe jetzt einfach nur darauf dass das spiel mir hier nicht wieder abstürzt vielleicht kann ich die wagen als plattform benutzen als plattformen nicht schlecht normalerweise kriege ich nicht mal nüll wechsel gebacken das hätte ich fast übersehen da oben war keins da ist noch eins noch eins noch eins oben was ist damit da oben da oben da oben das hat 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 Keine Heizung. Na toll, noch mehr Fieslinge. Immerhin sitzt mein Kopf nicht falsch rum. Hol mich hier runter. Chase, hol mich hier runter. Warte, ich lass dich nicht hängen. Warte, tsch. Schade. Echt, jetzt ist alles zu weit? Ehh. Ehh. Oh, tsch. Ehh. Ehh. Ist das richtig? So lange, bis du dich nicht mehr beschwerst. Äh. Beeil dich, meine Beine tun schon weh. Hä? Oh. � Wie lange soll ich denn hier noch aushalten? Solange bis du aufhörst dich zu gestern? Jetzt fehlt mir nur noch. Irgendwo. Irgendwo und nirgendwo. Ah, ich kann noch mal zurück. Wann bist du da oben? Okay, du bist da oben. Gott! Ich muss ihn nicht noch mal zurück. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Höchste Zeit! Äh, entschuldige, ich meine, danke. Aber erst noch, äh... Okay, das war jetzt so lange bis das Feuer hier aus ist. Wie fand ich? Ich suche noch den Knopf, um dich behutsam runter zu lassen. Oh, das war er nicht. Super-Safe-Knacker. Das ist... das ist gut. So. Polizei-Marke. Lego City-Held. Wir waren schon bei 61. Mi, mi, mi. Okay. Do-Dood. Do-Dood. Okay. Gut. Ähm... Extra... Super... dann nachdem das abgeschlossene faszinienwirrwarr das war dann höchstwahrscheinlich das museum dann nachdem die na na